Hallo Leute, Willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich zocke mal wieder Call of Duty 4. Ist zwar schon ein bisschen uralt, aber eigentlich der einzigste Ego-Shooter, den ich jemals gespielt habe. Und ja, Multiplayer ist ja klar, Singleplayer habe ich nicht wirklich drauf. Neues Spielprofil, also alles von Anfang. Ich schau mal hier einfach und dann gucken wir mal, was da noch geht, was ich noch kann. Ah, okay, das war erleden. Streitliche Drohne gestartet! Ich muss das nicht tun, ich kenne mich nicht ganz. Und die Drohne ist einsatzbereit! Los! Da kommt vielleicht noch mal einer. Kommt rein! Feindliche Drohne gestartet! Ah, Scheiße! Wechsle das Magazin! Boah, ich muss erstmal gucken, was die Ego sind. Wie die Ego sind. Wo war das? Wo war das? Was ist das? Wo war das? Ich habe einen Mannschaft gesehen. Ah, wie Nubi hier, oder? Oh Mann, ich hab mal wieder einen Kumpel, oder? Gut, besonders! Unsere Drohne ist einsatzbereit! Feindliche Drohne gestartet! Unsere Drohne ist einsatzbereit! Unsere Drohne ist einsatzbereit! Unsere Drohne ist einsatzbereit! Ah, es ist... Oh! Ah! Weiß dann! Unsere Drohne ist einsatzbereit! Verbündete Rufschrauber auf dem Weg! Ich wusste, dass einem da hoch geht! Feindliche Drohne gestartet! Lade nach! Granate! Unsere Drohne ist einsatzbereit! Feindliche Drohne gestartet! Wechsel das Magazin! Unsere Drohne ist einsatzbereit! Dedierte Aufburger Weißliche Drohne gestartet! Unsere Drohne ist einsatzbereit! Wir sind in Führung! Unsere Drohne ist einsatzbereit! Verbündeter Luftwandel vor der Weg! Weißliche Drohne gestartet! Wir haben die Führung, Veloan! Aufstellungsbereit! Unsere Drohne ist einsatzbereit! Verbündeter Luftangriff unterwegs! Wir sind in Führung! Wir sind in Führung! Mit Tun? Die Grenade! Die Grenade! Die Grenade sind localisiert! Verfindliche Rufschrauber auf dem Weg! Verfindlicher Luftangriff unterwegs! Unsere Drohne ist unterbreitet! Feindliche Drohne gestartet! Die Grenade ist unterbreitet! Die Grenade ist unterbreitet! Die Grenade ist unterbreitet! Unsere Drohne ist einsatzbereit! Was ist denn da? Schlitterkreis! Die Grenade ist unterbreitet! Wuhh! Mein Gott! Unsere Drohne ist einsatzbereit! Unser Drohne ist einsatzbereit! Unsere Drohne ist einsatzbereit! Uaaaa... Feindliche Drohne gestartet! Feindliche Drohne gestartet! Feindliche Drohne gestartet! Jupp! 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 Auskehr uns ohne bei! Lufthangriff ohne bei! Jupp! Keiner! Komm an, komm an, komm an! Äh... Verbündeter Luftangriff unter weh! Komm an! Komm an! Komm an! Verstehen wir bereit! Verstehen wir zum Schaf! Oh! Freibliche Drohne gestartet! Komm an! Komm an! Komm an! Komm an! 1-2 1-2 1-2 Was ist das? So war es denn, wir haben Kommen. Brauch Deckung! Lade nach! Brauch Deckung! Lade nach! Und unsere Drohne ist einsatzbereit! Ziel erledigt! Fällen halten wir! Fällen halten wir! Ich krieg das mal aus davon, dass ich das Fenster sehen kann. Das ist halt immer das Fenster auch im Griff geworden. Ich bin da nicht hier rein! Kreisliche Drohne gestartet! Das ist mein Haus! Wir werden jetzt nicht weiterfeuern! Die Zellen sind nicht einfach. Zwei 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 Ah, Mann! Jetzt habe ich ihn dreimal gekillt. Ziel erledigt! Dann mache ich alles wieder kaputt, die ganze Statistik. Das war's für die Lassenfolge. Ich habe einfach gerade Bock, mir das für sie hinzuzocken. Wir haben einiges gekriegt. Zum aufgestiegenen Land. 24 zu 15. Das ist gut. Teil 10, passt. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute! Bis zum nächsten Mal.